Zu Beginn des Sommers sind die Universitätsklinik für Pneumologie und die Universitätsklinik für Herz- und Thoraxchirurgie, Bereich Thoraxchirurgie, in das neue Bettenhaus 60E eingezogen. Die beiden Kliniken bilden gemeinsam die universitäre Lungenmedizin ab und stellen auch weiterhin eine ganzheitliche sowie hochspezialisierte Patientenversorgung sicher. Ziel des Umzugs in ein Gebäude ist es, den Ausbau der Behandlungskapazitäten zu ermöglichen. Seit vielen Jahren ist an der Universitätsmedizin ein Anstieg der PatientInnen mit Bronchialkarzinom und anderen Lungenerkrankungen zu verzeichnen. Das Lungenzentrum bietet eine fachspezifische internistische und chirurgische Versorgung unter einem Dach. Zudem gibt es eine enge räumliche Anbindung zu zahlreichen medizinischen Fachkliniken wie Kardiologie, Herzchirurgie und Intensivmedizin sowie zur Notaufnahme. Im Mai 2020 hatte der Finanzausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt beschlossen, dass auf dem Gelände der Universitätsmedizin Magdeburg ein neues Klinikgebäude errichtet wird. Trotz Corona gab es nur wenige zeitliche Verzögerungen beim Bau. Es gibt es nur wenige Zeitungen beim Bau. Du hast nicht mehr Zeitungen beim Bau. Vielen Dank.